hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge beyond good in evil wo sind wir eigentlich gerade wie es sind immer bericht so heiße dich schlachthäusern in den schlachthäusern aus versehen richtig immer danke wenn wir kein gewischt kriegen wollen muss ich zuerst den strom unterbrechen knapp extra lang hier muss ich auch unterbrechen ich weiß es nicht machen wir mal lieber ich habe ja auch noch was machen hier ja coole sache das muss da oben gehen ist das immer wir sollten die daran kriegen mal den anderen das schon anvisieren du werdet nicht selber entscheiden kann wenn er hier anvisiert okay Wie komme ich denn da hin? Was? Was? Kann der da durchballern? Oh, da ist nur ein anderer, okay. Habe ich nicht gesehen. Schuttles ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Oh, da ist nur ein anderer. Oh, da ist nur ein anderer. Okay, Nummer eins. Check. Du sollst mal das Ding da aufmachen, aber ja, nimm die Perle. Alter. Hallo, mach dir mal das Ding auf da. Gut, dass Checkpoints immer folgen ist bei mir. Finde ich gut. Ich hab Alarm, Alarm! So, mal gucken, wie wir da hinkommen. Oh, äh, Alarm. Da drüben ist was. Ich gehe! Sicher? Ich gehe! Ich gehe! Ich gehe! Nichts! 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 Na hau ab! Ich beschleiche dich! Ich gehe! Ich gehe! Halte die Augen offen! Warum funktioniert das nicht? Warum klebst du da in der Wand? Nichts! Falsch Alarm! Nichts! Als wenn die Tanks jetzt hinten unvergrundbar sind, nur weil sie auf Alarm gerade gebürstet sind. Komm mal weg! Wie lange soll ich noch warten, Alter? Ja. Alles klar? Ich gehe! Halte die Augen offen! Falscher Alarm! Ich gehe! Halte die Augen offen! Er war natürlich jetzt genau falsch rum, ne? Und megal, wir sind hier nicht hin. Und wir sind diese Alarm jetzt wieder angeschlossen. Nichts! Falsch. Falscher Alarm! Falscher Alarm! Ich gehe! Haltet die Augen offen! Falscher Alarm! Lass uns das mal verbrauchen! Irgendwie schaden damit? Abgelebt Nichts! Ich gehe! Halte die Augen auf! Nichts! Das kommt von da drüben! Shit! Oh, ich dachte der wäre schon soweit Jetzt sind wir schon mal drei am rumlaufen, fehlt nur noch einer, wa? Nichts! Partner hat Probleme! Wie ist denn das jetzt mit dem Dings hier? Vollern die jetzt trotzdem noch nicht? Ne, wa? Scheine dich Hey, cool! Cool, cool, cool Ja, da kriegst du, wa? Hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben es nicht geschafft Geil, oder? Das Geräusch, ey! Die machen das die ganze Zeit schon Danke, Mike! Hier können wir nochmal speichern, aber wir haben eigentlich genug Autosaves Wegschieben Wie weit? Ist egal, lass mal so Okay, da ist Strom Für was brauchen wir denn Strom? Für die Sicherung, okay Erstmal die Dinger hier wegmachen, wa? Dann gehen wir mal da rüberjumpen Dann gehen wir mal da rüberjumpen Ich bin mal lieber weg, wa? Für das try Sicherung, check na guck mal die sind auch was ist cool Kann das noch ein Tierchen? Echt? Das sind auch noch welche. Dann? Eine. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Diese Kamera, ey. Ich bin nicht da. Nein. Was ist denn da eigentlich drin? Das sah aus wie ein Gral oder sowas. Uuuuh. Habee. Perfekto, ich hab's gescannt. Großes Herz, hol dir 13 Herzen für JLP. Mehr geht nicht, oder was? 13 ist max. Dann glaub ich nicht. Kann doch schon noch mehr machen. 14, 15, 16, 17. Am besten 20. Ja, guck mal, da ist doch noch Platz. Ich kann bestimmt noch eins noch mal 5 dazu. Also 6 Herzen kann ich bestimmt noch bekommen. Zumindest wäre Platz dafür. Das kommt von den Tark. Hmm. Oh nein! Ich bin schon weg. Tschüss. Warum ist hier oben eigentlich nicht zu? Normalerweise, sobald die Alarm schlagen, müssten eigentlich alle roten Schranken zu gehen. Ich will ja nicht meckern, aber... Es ist natürlich schlecht, wenn er sich da nicht wegbewegt, oder? Wie soll man das denn schaffen? Man... Scheiße, so viel will ich rennen. Das ist schon wieder scheiße. Wie? Er ist auf die Kohle. In deinem Ernst? Bleibst du da jetzt wirklich stehen? Muss ich hier noch irgendwas fotografieren, oder so? Sind das nicht alle Wächter irgendwo? Hm... Wir haben zwar eine Sicherung, aber... Warte mal, wo kann ich denn hier den Strom ausmachen? Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass ich hier gerade weiterkomme. Oder ist hier im Grund Stromkasten? Oder darf ich den einfach so einsetzen? Obwohl gerade Strom läuft. Ja, okay. Ich habe den ganzen Sektor abgedeckt. Überall wachen, aber nichts für meinen... Könnten sie hineinschleichen? Weiter im Text. Ich schätze, wir sind fast da. Das war mal die Dame ausreden. Warum wurde denn hier eigentlich immer alles unterbrochen? Konntest du die Hauptthalle finden? Oh, dieses Tief. Es gibt drei perfekte Beobachtungspunkte. Wir müssen einen Weg zu den anderen beiden finden. Wir müssen auf jeden Fall da nach oben. Da geht es nie hin. Zentralhalle. Da werden die Opfer durchgeschleust. Gehen Sie vor, ich gebe Ihnen Rückendeckung. Vergessen Sie nicht, ein Bild zu machen. Ich muss jetzt mal gucken. Geht denn der andere Weg hin? Das war nur, falls ich nochmal zurück will oder so, ne? Dann bin ich ja hier gerade accidentally richtig gegangen. Aus Versehen richtig gegangen. Eindringling! 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 Ansonsten! Oh nein, duаг initier! Tanke, ich will klampe den Aus? Eindringling! Eindringling! Oh nein! Hier! Hier! Fique nicht so! vorhin hat es nicht einmal funktioniert und jetzt auf einmal funktioniert es da waren wir aber vorhin, oder? polizei, ne? naja, sind denn die alphas? alte männer ah, da ist das erste foto mir geht es nicht gut, miss jade nicht juckt es kann ich wieder zurück, oder was? dann sehen wir sie jetzt auf die andere Seite, oder? schlechte Watt naja, da machen wir richtig viele, eh sieht doch viel schlechter aus wie vorher oder? kann ich hier noch was anderes fotografieren? ja, da können sie sich eins aussuchen dann, ne? ok, gehen wir wieder zurück scheinbar sind wir hier fertig können wir hier wahrscheinlich auch die abkürzungen nehmen und dann sind wir wieder zurück am Eingang sehr geil so, dann fehlt aber noch einer, oder? von da unten muss ich wieder zurück? äh, what? oben? wie oben? da ist noch mehr oben? übers tor vielleicht? ich glaube, hier sind wir jetzt mal fertig aber ich werde trotzdem nicht ohne jungen und nochmal ganz kurz checken nicht, dass ich doch irgendwas übersehen habe denn fliegt was lang aber sonst, ne, da kommen wir nicht ruhig aber wir können doch irgendwann mal lang laufen so wie das aussieht das haben wir gemacht mit den ganzen Minen oh, da sind auch Dinger drin oh, da sind auch Dinger drin oh, da kommen jetzt hier vier Dinger was sind behindert im Kopf? fahr einmal durch und dann kommt hier so eine Torpedos das ist ja nicht kann ich irgendwas hinschieben? oh, das habe ich nicht gesehen mir geht es nicht gut, Miss Jade hier komme ich nicht durch ich decke Ihren Rücken, Miss Jade ja, ist ja das beste warte mal ganz drücken ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Dark Souls 3 mit dem fetten Tor nimm ne Pille, wenn es dir nicht gut geht ja das war's das war's das für mich gab's los oh guck mal hier haben wir ne Familie oder was soll das sein? oder was soll das sein? oder was soll das sein? ne gar nicht mehr Materie, da mach doch mal ein Foto davon kriege ich das nicht, weil das Feuer an ist? das ist doch ein Tier, oder? ja ja natürlich aber ich habe keinen Eisstab oder einen Eiszauber aber hier könnten die auch nochmal sein, die Tiere, ne? das war's das war's das ist wirklich Da ist noch So knapp Mir geht's nicht gut, Miss Jade Sind wir jetzt? Ja, wir sind jetzt da, ok Einmal runter müssen wir? No Nice Ich bin alleine, da komme ich nicht durch Das nehme ich mit Perfekt, ich nehme es auf Energieanzeige des Fahrzeugs steigt um einen Schlüssel Und voller HP Ok Dann müsste das ja jetzt ja auch wieder komplett repariert sein, ne? Hier sind wir jetzt Das schaffe ich nie allein Er kommt aber leider nicht mit, ne? Führt kein Weg hindurch, geht man drum rum Oder mir ist noch Heilung Kontoidentifizierung Ok Kann ich denn jetzt Kann ich jetzt auch ein bisschen mehr ihm geben? Ich würde ihm gerne so drei Stück oder sowas geben Dann muss ich wahrscheinlich hier rein, oder? Nehmen Er kann ja einfach durchlaufen, oder? Kriegt er Schaden Oder kriegt er Schaden? So, Mr. Commander, helft mal her 1, 2, 3, schieben Grundübungen Seite 2 Blockiert, Miss Jade Und jetzt mit Ruhe? Ja Cool Jetzt sind wir auf der anderen Seite Und jetzt kann ich das Ding hier kaputt machen Ok Kassen und Peters Ich gehe Was kommt der denn? Falsch Alarm Kassel Na Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Hä? Oh Oh, okay Mal jetzt kurz gucken. Tiere. Und niemand weiß davon, das ist schrecklich. Um was geht's denn? Der dritte Beobachtungspunkt ist Jade. Gehen Sie zum dritten Beobachtungspunkt. Ich hätte gerne das Tier, was da ist. Falls da eins ist. Aber irgendwie sehe ich nichts. Ich kann ihn aber leider nicht dagegen hauen oder so. Weißt du, um das mal rauszulocken oder so. Eben. Dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Vielleicht kommen wir ja da noch ran. Zentral, okay. Okay. So, Identifizierung, okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Und da will ich mich bewegen. Hallo. Anubier... Perfekt. Ich füge das in die Liste ein. Was ist denn das für eine komische Mikrobe? Da drüben ist noch ein anderes Tier, sag ich doch. Und das haben wir auch nicht. Ich füge das in die Liste. Ich füge das in die Liste. Oh, was ist das? Oh, eine neue Karte. Und Pferde. Nummer 52. Dreieckiger Schlüssel haben wir denn nicht schon? Gut gemacht, Jade. Ich wäre davon ausgegangen, dass wir jetzt den Stern kriegen, oder so. Oh, okay. Wir werfen. Ich wollte nicht die Liste. TELETE Oder ist das ein interessanter Spiel? Wie, die habe ich nicht getroffen? Da hat auch keinen Bock mehr. Komm mal weg jetzt hier! Okay, da drücken wir jetzt erstmal nicht mehr auf, weil brauchen wir ja nicht. Ach so. Kinderspiel, das war doch gar nichts. In der Offiziersschule lernt man so etwas erst im dritten Jahr. Falls es hilft, mein Panzer ist gegen Ihre Laser resistent. Ich weiß. Dein Kopf auch? Hast du ja Glück gehabt? Ein Stück vor. So, jetzt mit Schmack. Sehr gut. Kann man eigentlich durchrollen? Hm, brauchen wir gar nicht. Sie kommen in der Zentralhalle aus. Los, machen Sie ein Foto für den Bericht. Ich stehe hier schmiere. Das ist neu. Du stehst schmiere, ja? Okay, warte mal. Willst du denn von der Aktion? Partner hat Probleme. Strategie erst mal du. Und dann du. Der Sound. Oh, was soll man denn da schönes sein? Und die andere Seite. der wird um etwas hochgesaugt wird aber hier schön mit eifer vorne drauf so alpha 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 duplizieren die publiziert dein bericht ist unglaublich shawnee iris 514 geht sofort in druck ich leite das an die gouverneurin weiter sie gibt ihr dann den code für die schlachthäuser gut vielleicht kommt ja noch mal ein riesen wir haben eure bilder empfangen ihr habt fantastische arbeit geleistet trefft uns ihr wisst schon wo so schnell es geht erst mal wieder rauskommen ok ok du page musste all dies auch durch machen ich hoffe er ist noch am leben ja wo ist er eigentlich wir sind schon verschöpft die legen viel wert darauf sie am leben zu halten danke miss jade ich würde jetzt nur eine identifizierung ja wenn ich kann ich ihn ja wieder wegnehmen ein starkos stellt ein herz der lebensenergie wieder her ein starkos stellt ein herz der lebensenergie wieder her die nährchen bist du da die alpha abteilung und die doms stecken hinter den entführungen ein exklusiv bericht in ausgabe nummer 514 von iris wir haben so schnell gemacht wie es ging hier ist der code glückwunsch zu ihrem bericht f5 s5 f5 f5 f6 f5 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 f6 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 f7 Der kommt anscheinend weg da. Muss man nur genug Zeit verhauen oder muss man nur weit genug weg? Ne, kommt wahrscheinlich jetzt noch eine bestimmte Zeit wieder zurück. Und dann kommt die Zeit wieder zurück. respektiere das heimteam kapitel 12 ich denke ihren rücken ist noch mal feuer viel zu machen es haben wir eine möglichkeit geben das feuer auch auszumachen oder mit einem besseren blick fahrrad wahrscheinlich die lüftung Ah, da ist sie doch. Okay, gehen wir mal. Nimm sechs Filmrollen mit Tierfotos auf. Ein Achievement. Ignis Igniferia oder so. Die Übertragung empfangen. Ich speichere es sofort. Okay, dieser Film ist voll. Habe ich gerade schon mitbekommen. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Was können wir als nächstes? Was können wir denn mitbekommen? und sieht noch mal hier oben durchzugehen vielleicht gucken jetzt vielleicht einmal kamera oder so oder muss ich da erst was anderes machen hmm Oh Gott, das hat ja fast geklappt. Vielleicht liegt es an der Kamera, dass ich da die Serbian nehmen muss. Aber ich gehe erstmal hin. Mal gucken, ob das jetzt so klappt. Ich probiere es noch einmal. Erstmal gehe ich hin und schaue, was das Vieh macht. Ich gehe erstmal hin, mal gucken, ob das Vieh macht. Okay, also es scheint ja nicht irgendwie Angst zu haben. Okay, wir probieren erstmal die andere Kamera aus und wenn die nicht funktioniert, dann probieren wir mal was anderes. So, öffnen. Wir probieren mal die Antike Kamera. Die war ja instant weg. Okay, ich speichere das. 800! Okay, lag jetzt nicht in der Kamera. Wechseln wir wieder auf die normale. Oh Gott, das ist ein Geschwindiger. Ah, das war ich noch nicht. Ich musste jetzt irgendwie auf das Ge Cheese und wir dabei haben. so warte mal kurz wieder bock aufs grüne so andere skins ja das eine wenn ich rankommen hier sind wir aber hier sind wir wir sind auf dem richtigen weg der ausgang ist nicht weit ok wir schicken euch eine e mail ihr habt sie in wenigen minuten viel glück konnte ich noch mal meine e-mails gucken hier ne f5-6-s5 f5-s5 f5 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 s5 korrekte tut die gouverneurin riskiert viel indem sie uns hilft ich hoffe wir können uns bald revanchieren ja mal schauen das hoffe ich auch aber jetzt müssen wir zurück zu iris um das team abzudaten ich habe sogar schon am anfang nie gesehen nicht mehr schtopp 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 Das ist bei dir gerade ein bisschen Alarm, ja? Ja, dann gute Besserung, Mike. Alter, ich fand das damals schon schwer. Jetzt soll ich nochmal? Nee. Dich hatten wir schon, ne? Ja. Du warst ja Wal. Mal. Wollen wir mal ins Regio gehen? Okay. Hier, irgendwo ist hier noch was, ne? Ah, hier. Räuberhülle Zarei! Natürlich, hier waren wir noch nicht drin. Was? Wie kommst du denn da rauf? Vorsicht, Miss Jade! Plünderer! Wie viel Zecken sind mir weg? Wieder 100? Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss Jade! Soll ich doch niemals tun. Das war knapp. Wir haben noch rechtzeitig. Schnell, die Tür schließt sich. Oh, ja, ja, ja. Bring! Da ist wieder nichts, ne? Oh, das war knapp, glaub ich. Jackpot! Topfgeldjägerin. Erwische alle vier Räuber. Oh, mehr gibt's nicht. Jackpot! Jaaa. Dankeschön. Jaaa. Dankeschön. Wie viele Perlen haben wir jetzt eigentlich? 16, ja? Soll ich das richtig? Fand ich mir mit 15 was kaufen oder bald erst mit 20? Gucken wir doch mal. Haha, zu Mama Go's kommen sie immer zurück! Da ist so nichts Neues. Ah, stimmt. Wir können auch eine Perle kaufen auf dem Markt. Das ist nur normales Zeug. 20 Wilse haben. Naja, ne, ne. So viel hab ich noch nicht. Aber ich wüsste noch, wo eine ist. So, warte mal kurz. Da ist noch zwei. So, Perlentracker. Da hinten haben wir noch was. So, Perlentracker. Oh, der macht ja doch drei. Das ist schon gewundert, ey. Das ist schon gewundert, ey. Na gut. Ja, hab ich gerade auch gemerkt. Ja, ja, ja. Hab das ja nie getestet, ne. Meistens teste ich ja eigentlich sowas. Ich hatte mich immer nur gewundert, warum ich nur einen Ball habe, weißt du. Einen Ball nur, ja. Und dabei war aber in der Beschreibung von der Waffe, dass man bis zu drei Bälle haben kann. Ich hatte aber immer nur einen. Da ist noch ein Tier. Entdeckung, drei Karte, eine auf dieser Ebene. Sag was? Wenn hier noch voll die versteckten Tiere sind. Aber warum wird mir hier eigentlich eine Perle angezeigt, wenn hier gar keine Perle mehr ist? Achso. Ja, stimmt. Das habe ich mal ja letztens schon gesehen. Aber ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Du hast einen Hund, Mike? Du hast einen Hund, Mike? Papilio Pilosus. Bemerkenswert. Diese Größe habe ich noch nie gesehen. 300. Ich jetzt. Jetzt fehlt nur noch so ein Herz-Tracker, weißt du. Und man tracken kann, wo noch so Herz-Upgrades rumliegen. Nein. Enten durch links. Ok. Und mal die Liebe, ich binee für ein wenig Zeit. Jetzt atmospheric Advance x 1 produto leider ist. Übers Long das massacre, 이유ểu so du ausschließt. Um so zu wissen, muss ich tatsächlich passieren? Oder taueblo. Es hat dile Geld um als ein Z 보고 Geoffert zu werden können. Oh. Ein Planarier Rupestress. Planarien hassen das Licht. Es ist sehr selten, dass sie aus ihrem Bauch riechen. Ich hab sie schafft. Willst du, wie der aussieht? Wie diese Geister bei Never Alone. So, wie kommen wir da am besten hin? Ich muss da rüber und dann... Da nach oben muss ich. Kann ich da was kaufen? Nö. Alles leer gekauft. Hat doch keiner nachgefüllt. In der Zwischenzeit. Naja. Wenn sie kein Geld haben wollen, dann ist das gut. Leute auf Befehle, Miss Jade. Gut, dass sie mich nicht getroffen haben. Oh, Loll. Oh, Loll. wie zu weit jetzt war ich mir zu nah dran ich schleiche auch extra helix rupes triff glückwunsch infos zu riesen schnecken findet man nur schwer eine neue cd so weit der film voll ist schicke ich dir eine m des wahrscheinlich kann ich gar nicht anders gucken dann gehen wir noch mal zurück dann haben wir hier glaube ich alles aber warum wird mir hier noch eine perle angezeigt verstehe ich halt nicht ja 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 gut 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 so da gucken wir noch mal ganz kurz kommen da wird nämlich nicht lange gezeigt Da waren wir schon. übertragung empfangen ich speichere es sofort 2200 und den hat man noch nicht den roten meine fresse spring doch mal rüber sie verlassen die territorialen gewässer letzte wahnung wieso ein umboot sie verlassen die territorialen gewässer der wollte mich gerade platt machen das ist noch mal und ich mache aus der fischstäbchen er wird zwar jetzt noch eine perle angezeigt aber nicht für uns es sei denn ich komme da das ist der vulkan ok ok jetzt macht es natürlich sinn das ist der vulkan der mir da angezeigt wird ja ne damit habe ich jetzt nicht gerechnet jetzt sind wir seit dem nächsten in der in der in 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 Ich will doch zur Stadt. Wo ist denn die Stadt? Wo ist denn die Stadt? Wo ist denn die Stadt? Ich weiß nicht, ich glaube das Schießen ist schneller, oder? Als wenn der so auflädt. Ach, im Vulkan ist noch einer drin, ne? Im Vulkan. Aber da kommen wir noch nicht hin, oder? Wie viele Perlen haben wir? 16. Ich glaube für das nächste Upgrade bräuchten wir 20. Da brauche ich ja noch 4 Stück. So schnell kriege ich die glaube ich nicht zusammen. So ein bisschen was von Venedig hier, wa? Die Stadt. Guck mal da ist er ja. Einfach so, in so einer Kiste. Wollen wir noch 3? 3. Bipi. Aus dem Weg. Nutz. hier vorne haben wir noch perlen da hinten ist noch eine perle das ist aber hier das shop die man jetzt hier mehr präsenz da sind ja gerade richtig viele dörfer was keine neue perle hier steht auch gar keiner mehr rum interessant so einmal kurz die karte konto identifizierung oder immer wieder auf nummer 15 ok nummer 66 vielleicht kriegt man da noch zwei stück neue kleider oder so wird einmal könnte ich noch kaufen theoretisch ich hab das doch ausgemacht dass er keine notifications kommen soll ok den sternenschlüssel haben wir immer noch nicht noch gut gewesen ja Ja, eine Wande eines Terroristen hat einen weiteren Terroranschlag im Schlachthaus Betrück verhübt, um unsere Schutzmaßnahmen gegen die Angriffe der Dufts zu verhindern. Alpha heißt Mörder! Alpha heißt Mörder! Ja, Verräter sind unter uns. Tätet der Alpha-Abteilung bei und zusammen werden... Ich tritt doch den Alphas nicht bei, jetzt mal. So sind nur alle... Wir sind jetzt unter der Stadt. Da drüben ist was! Ich gehe! Eindringling! Eindringling! Ja, dammit! Das lief doch gerade so gut, ey! Erlaubnis, Zone zu säubern! Erlaubnis verweigert! Zone gesäubert! War aber verweigert! Ist aber schnell! Da drüben ist was! Ich gehe! Na gut, dass er nicht auf die Schatten achtet, wa? Wenn doch so ein Plopp-Geräusch gekommen wäre, ne? Das wär cool! Wenn ich dann hier rüber, jo! Das nehme ich mit! Was ist das? Oder kommt da noch was? Hier könnte noch mehr sein, jo! Haben wir denn eine Karte? Keine Daten! Oh ne, nicht schon mehr die Dinger! Ich dachte mir, ich nutze mal die Schnorrungs und so, aber... Das Video wäre hier... Was ist das denn hier? Hier hat P-Punkte! Kann man nicht so vom letzten Spielschirm vorsetzen? Hehehe! Checkt mich entlang! Na gut, Leute! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zur nächsten Folge!